hey leute und herzlich willkommen hallo und herzlich willkommen zur let's play minecraft ultra hardcore wie immer krieg ich immer verspreche ich mich heute bin ich nicht alleine heute ja wie ihr schon gehört habt jonas obwohl ich zu den schwacken gesagt habe er soll leise sein naja egal auf jeden fall jonas was machst du hier ich kommentiert aber in dem her und ich nehme auch viele bespricht auf wenn wir nehmen viel mega projekt auf ich weiß nicht weil ich habe jetzt noch bisher noch nicht viele videos hochgeladen mal schauen ob es bis dahin auch hochgeladen habe aber mal schauen auf jeden fall was ich habe jetzt hat wo ich aufgehört habe noch schnell kürbissamen gemacht und einige schlau köpfe werden sehen aber er hat eine eisenhose und ja ich brauche nur noch einen dummen eisenbarren rückkopfschutz aber da brauche ich erst einmal kürbisse haben weil ich habe kürbisse gefunden und auch mal einen stylischen feld hat hat der christi irgendwas gemacht auf dem server da schon das kommt gleich noch hoch geplatzt und schatten hinter aufnahme so was machen wir gehen wir noch mal in die höhle und riskieren mein leben oder bleibt mir am sichern land und machen gar nichts hier unter die erde ich nehme jetzt mal mit absicht geessen mit ich werde jetzt nicht so lange da unten bleiben falls auch habe ich halt verkackt das war noch golde zeiten letzte folge welche ich komme rein und gleich kommt mir was entgegen und sozial weiter geht drauf wahrscheinlich nein 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 aus aus hey leute willkommen zurück leider ist gerade mir jemand dazwischen gekommen ich muss hier kurz mal aufhören aber jetzt sind wir wieder da und ich hoffe ich kriege noch mal eine 15 minuten voll und da oben sich heißen zwischen schluss ich habe mich ja letztes mal hochgebaut und meine mehr auf meinem coolen kräftigen table achja er hat wahrscheinlich jetzt hat jonas gerade nicht weil er nimmt gerade selber was auf und hat er gerade keine zeit um den skype anzunehmen und hoffen genau eins noch 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 ab auf jetzt und k 1, 2, 3, 2, 3, 3, 6, 2. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, nein, nein! Oh scheiße! Oh scheiße! Ich muss hoch! Ich muss dringend hoch! Ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Bei mir ist das noch was anderes! Ich bin tot! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Kein Küper! Gar nicht am meisten! Mein Herz kommt gerade! Hoch! 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 In mein Haus! Nein! Meine Luft! Oh! Shit, ey! Rein! Los! Alter! Ich hab nur noch ein halbes Scheißherz! Fuck! Rein! Nein! Okay! Brauchen! Schnell! 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 Oh! Scheiße! Alter! Ich zitter! So geht nicht mehr! Alter! Scheiß! Dreck! Lecke mich weg! Scheiße! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Und damit hab ich jetzt noch meinen Helm! Oh! Und hier ist der! Oh! Ich bin voll reißen! Jetzt hab ich jetzt müssen! Das wird erst mal geschlafen! Alter! Alter! Ich hab nur noch ein halbes Herz! Ein halbes Herz! Alter! Das war schon wieder fucking knapp! Potsplitz! Alter! Ich... Alter! Ihr wollt gar nicht wissen, wie man es gerade pumpt! Boom! 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 Ich nicht mehr normal! Okay! Mein Herz ist wieder da! Herz beruhigt! Ich bin wieder da! Scheiße! Jetzt hab ich schon dazu! Ja! Vor der Folge und Season Ende! Oder was? Nein! Ich möchte jetzt ein Season machen! Und... Ich muss mal kurz auf das Video! Leute! Ich bin ganz kurz! So Leute! Willkommen zurück! So! Let's Play! Der fällt heute und geht drauf! Nein! Alter! Oh! Und... Ich hab jetzt mal... Ähhhhhhhhh! Ja! Das war letztes! Ich weiß schon wie ich mein Video nennen würde! Kim geht drauf! Teil 1! 2! So! Schau mal! Für 12! Boah! Oh! Irgendwann ist so, dass gar nichts fällt! Und den dann noch wieder voll! Oh! So! Okay! Ich muss mal den Geklose fixen! Oh! Ich bin ein bisschen schwer! Oh! Ach! Ach! Ich muss mich ungern in die Höhle runter! Ach! 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 Wie ist der Höhle anders? Ich bin der hier an! Ich gehe immer wieder da hin.... Alter! Schwede... Ich fände... Es geht heute schon wieder richtig hamar geil los! Ich bin hier an mit dem PlanSmart, den Sie an der Rennen können... Und dafür möchte ich jetzt hier gerne etwas machen! und was sehe ich da? Zuckerrohr ist sehr schön, immer mit. Ich bräuchte aber noch eine Eros, das ist groß, eine Eros Terrose. Mensch, das Kinder, das ging ja echt abgeliefert gerade. Ich werde jetzt ein wenig sicherer umgehen mit den Museen hier. Ich werde zum Beispiel jetzt das Omaeisen mitnehmen, das ist klar, aber da gehe ich noch nicht und da gehe ich noch ganz bestimmt nicht auf. So, jetzt packe ich euch, warum ich mir die Blumen abbaue, weil ich mir eine Waffenbox bastle. Und eine Waffenbox ist immer sehr praktisch, weil da kann man dann Waffen herstellen und sowas. Das ist immer auch sehr praktisch finde. Also das ist echt, oh Gott, ich muss jetzt noch sagen, was ist die Bahai? Alter Schwede, au! Das ist hier in der Nähe noch Riesen und so ein Crap. Oh Gott, habe ich jetzt schon den Skidlek gehört. Oh, meine Füße zittern gerade. Das ist echt nicht mehr normal, weil immer wenn ich aufgeregt bin oder so, sind dann meine Füße richtig hardcore rum. Ich bin jetzt noch mal aufgebunden und zusammenbekomme. Nicht schlecht. Hm, schau auf hier. Oh, Alter. Auch das geht mit rote Farbe und selbe Farbe. Ja, hier die russische Waffenbox. Viele werden sie jetzt denken, was ist das? Ich zeige es euch. Da kann man ja vielleicht schon gesagt, dass man damit Waffen craften kann. Und ich habe mir gedacht, ich stelle die vielleicht hier oben so in der Reihe auf. Und hier schau, da brauche ich 10 Eisen und 15 Holz, um diese Waffe herzustellen. Was ich mir vielleicht mal herstelle, ist eine kleine Waffe. Aber dafür wollen wir noch genug. Hm, 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 hm. Ich möchte aber ungern wieder in die Höhle rein. Bleib erst mal oben. Auf jeden Fall russische Waffenbox. Deshalb hätte ich gerne eine Wüste in der Nähe. Ich könnte auch mal die deutsche Waffenbox machen. Weil ich habe jetzt so, weil ich weiß, eigentlich war ich nicht eingefangen. Hm, nein. Aber dafür wollen ich auch. Ich kaufe an. Völlig viel Eisen. Und damit. Jetzt gehen wir auch gleich an. Ich muss meine Fäder rein verboten. Ich muss mal wem. Gut. Ich hoffe, meine Fäder machen wir jetzt überall an. Wann darf ich jetzt mal schnell? Okay. Wann muss das irgendwie so Hoppeln was haben? Ah ja, hier. Nein, es ist eine Fäder. Boah. Ich habe schon gesagt, das ist mein Herz immer noch mehr aufgrund. Alter Schwede. Wollen wir mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ich bin bereits eine Minute. Weißt du was? Ich baue noch das Fäder. Ich baue noch das Fäder. Dann mache ich das mal um. Ich baue erstmal mit der Folge auf. So, ein Zuckerrohr ist drin. Ja, okay. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen für die Folge. Gib mir bitte ein Like hoch. Also für die Aktion müsst ihr mir schon fast ein Like drauf geben. Kommt schon. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Abo da lasst. Like finde ich auch ganz gut. Ich habe gerade 13 Seelen. Nicht sozial. Und ja. Mal schauen, wie es dann bald wird. Mal schauen, ob ich, ja, nicht weiter geht. Ob ich weder weiter fail oder weiter, ja. Ach, ich fand scheiße. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und ja. Moin.